Okay, meine Lieben, herzlich willkommen zurück, heute wieder mit dem tollen Thema IoT, Internet of Things. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, was eigentlich so passiert ist, wie wir überhaupt zu Internet of Things gekommen sind und was eigentlich die Techniken hinten dran sind. Und ihr habt schon absolut richtig gesagt, Security bei IoT ist absolut furchtbar. Bitte kein IoT benutzen und ich gebe euch vollkommen recht, es ist einfach in vielen Fällen, IoT ist wirklich, wirklich schlimm, was die Security angeht. Aber es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Die tollen Möglichkeiten schauen wir uns übrigens nächstes Video an. Heute soll es um die Sicherheit gehen und hier liegt vor allem die Schuld bei den Herstellern. Das muss man leider einfach so sagen. Es geht eigentlich besser. Und ich möchte in diesem Video mal so ein paar Sachen ansprechen, wo die Hersteller einfach komplett verkackt haben, das kann man nicht anders sagen, die Security umzusetzen. Das liegt aber vor allem daran, dass sie die Kosten in den Keller drücken wollen, um auf dem Markt irgendwie kompetitiv zu sein. Das heißt, günstige Produkte hießen früher hauptsächlich, man spart an Sicherheit ein. Mittlerweile heißt es das leider nicht mehr unbedingt. Und ja, der erste große Punkt sind Standardpasswörter. Das hört sich sehr, sehr trivial an. Ich meine, eigentlich ist ja der Kunde dafür verantwortlich, die Standardpasswörter zu ändern. Aber der Punkt ist, in den allermeisten Fällen haben die Kunden nicht mal die Möglichkeit, die Passwörter zu ändern. Das sind quasi Passwörter, die hart in ein System reinkodiert sind und die dann zum Beispiel in den Austausch von Router oder App zum Gerät verwendet werden. Das bedeutet aber, jemand, der in sich in euren Router reinbuxieren kann, wir kennen ein paar Exploits, die Router umgehen, der kann dann, ohne ein Passwort zu verwenden, einfach auf euer IoT-System zugreifen, auf was auch immer das ist. Mir fällt da zum Beispiel gerade der Staubsauger-Roboter ein, den man vielleicht hat und der dann eine Karte der gesamten Wohnung angelegt hat und der aber natürlich auch einen kleinen Minicomputer hat. So, der Computer kann natürlich übernommen werden, wenn man das Standardpasswort hat und wenn man sich in dem Netzwerk drin befindet. Das heißt, da ist eine Übernahme einfach möglich. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich nicht nur die Funktion App zu Gerät oder Gerät zu App, was übrigens auch ein Problem sein kann, wenn die App nicht richtig sicher ist, sondern es gibt häufig auch noch die Problematik, dass die Geräte, die IoT-Geräte, auch zu den Servern kommunizieren. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, man kann ja Domänen eigentlich sozusagen festlegen. Befindet sich ein IoT-Gerät erstmal in euren Heimnetzwerk-Domäne? Ja, das bedeutet, der Staubsauger-Roboter kann nur irgendwie mit eurem Handy interagieren, wenn beide im selben Netzwerk sind. So ist das zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel YouTube auf dem Fernseher guckt. Dann könnt ihr das Ganze verbinden, indem ihr einfach einen Code eingebt oder aber euch mit dem Fernseher direkt verbindet, weil sich beide im selben Netzwerk befinden. Das funktioniert sehr, sehr gut und ist auch einigermaßen sicher, weil man halt alles auf das gleiche Netzwerk beschränkt. Da kommt natürlich rein, der Router muss auch richtig abgesichert sein und Router sind auch so eine Position, wo man Angriffe fahren kann, aber die werden meistens ganz gut abgesichert. Manchmal zumindest. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Staubsauger-Roboter dann sagt, ey yo, ich kommuniziere jetzt mit irgendjemand außerhalb dieses Netzwerkes. Es gibt sehr, 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 sehr viele, die zum Beispiel sagen, wir wollen von außen auf dieses Ding drauf zugreifen. So, wenn ihr mit eurem Handy aber von, sagen wir mal, eurer Arbeit auf eure Smart Home oder IoT-Geräte zugreifen könnt, dann sind die meistens nicht mehr nur in einem Netzwerk. Ihr könnt natürlich euch mit dem Handy in VPN von eurem Heimnetzwerk reintunneln und dort dann drin irgendwas verändern. Dann ist es als wert, ihr quasi im lokalen Netzwerk. Aber häufig wird das nicht gemacht, sondern häufig passiert Folgendes. Euer Handy verbindet sich einfach mit dem Server des Herstellers, zum Beispiel des IoT-Gerätes. Und das IoT-Gerät verbindet sich gar nicht oder macht gar nichts im Heimnetzwerk, sondern verbindet sich auch mit dem Server. Das heißt, die ganzen Daten fließen erstmal an den Server von dem Hersteller des IoT-Gerätes und dort greift ihr dann auch drauf zu. Und diese Verbindung ist öffentlich. Das heißt, ist der Server nicht richtig abgesichert oder ist die Verbindung nicht richtig abgesichert, wird zum Beispiel kein SSL verwendet, weil man irgendwie Rechenkapazität und dadurch Batterie sparen möchte, dann kann das tatsächlich dazu führen, dass jeder diese Verbindung mitlesen kann. Auf der einen Seite zum Beispiel, wie euer komplettes IoT oder wie euer komplettes Heim aussieht, weil wie gesagt, Staubsaugerroboter machen sich zum Beispiel Karten. Oder auf der anderen Seite kann es auch sein, dass die Verbindung gehijackt wird und man zum Beispiel Befehle an dieses IoT-Gerät sendet. Es ist nicht einfach, sowas durchzuführen, aber es kommt halt leider vor. Deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass man so wenig wie möglich Verbindungen zu irgendwelchen Servern überhaupt herstellt. Wenn sich alles nur im Heimnetzwerk befindet und gar nicht nach außen kommuniziert, dann gibt es draußen auch keine Angriffspunkte. Dann ist eigentlich nur euer Heimnetzwerk der Angriffspunkt. Und der ist halt, oder das ist relativ schwer einzudringen. Vor allem kriegt man dann nur ein System, also ein IoT-System, was man irgendwie gehackt hat. Das ist für Angreifer relativ uninteressant. Für die ist es viel, viel interessanter, zum Beispiel Hersteller anzugreifen, die 100.000 IoT-Systeme verwalten, denn dann habe ich gar nicht Zugriff auf alle 100.000. Und ja, das macht die Gefahren-Einschätzung natürlich sehr viel größer. So, das nächste große Problem sind natürlich Patches. Die werden leider häufig viel zu selten gemacht. Das betrifft übrigens nicht nur IoT-Geräte, aber vor allem IoT-Geräte. Es betrifft sogar Smartphones. Ich habe von vielen Smartphones gehört, die neu auf den Markt gekommen sind und nur vierteljährlich Sicherheitsupdates bekommen. Das ist jetzt kein Scherz. Es gibt Smartphones, die kommen auf den Markt und bekommen dann nur alle drei Monate einen einzigen Sicherheitspatch. Und das ist gemeingefährlich und eigentlich auch unverantwortlich. Die meisten Geräte, also Smartphones, bekommen eigentlich einmal im Monat einen Patch, bis sie dann halt irgendwann nicht mehr unterstützt werden und dann werden sie nicht mehr repariert. Bei IoT-Geräten ist das noch sehr viel dramatischer. Die bekommen teilweise gar keine Patches. Wenn sie welche bekommen, vielleicht nur vierteljährlich oder jährlich sogar und dann sind sie vielleicht nach zwei Jahren schon gar nicht mehr unterstützt und man müsste sich eigentlich neue Glühbirnen holen oder einen neuen Staubsaugerroboter. Das ist a. natürlich überhaupt nicht nachhaltig und b. natürlich ein Riesenproblem, was die Sicherheit angeht. Denn habt ihr keine Sicherheitsupdates, werden gefundene Lücken überhaupt nicht mehr repariert. Und das heißt, auch hier haben wir wieder eigentlich das Problem, diese Geräte werden in den seltensten Fällen wirklich so verwaltet und so aktuell gehalten, wie es sein müsste. Geschweige denn Pentests oder irgendwelche Tests daran gemacht. Das heißt, es gibt häufig gar keine Qualitätskontrolle, ob das Ding überhaupt nicht angreifbar ist. Es gibt kein Patch-Management. Es gibt in vielen Fällen gar nichts. Und das bedeutet natürlich, solche Geräte sind sehr, sehr leicht angreifbar. Ihr müsst euch das vorstellen, so ein Gerät aktuell zu halten, ist so viel Aufwand, wie ein Betriebssystem aktuell zu halten in manchen Fällen. Also vielleicht nicht ganz so viel Aufwand, aber zumindest eine Software aktuell zu halten, eine Software zu testen, eine Software zu verwalten. Und teilweise habt ihr ja nicht nur eine Software, teilweise habt ihr die Handy-App. Ihr habt das Gerät, also mit dem Betriebssystem, mit dem Mini-Betriebssystem und der Software obendrauf. Und ihr habt vielleicht sogar noch Server-Code, der da aktuell gehalten werden muss. Die Komplexität von IoT-Systemen ist sehr, sehr hoch und wird leider sehr, sehr schwach nur gepatcht und aktuell gehalten. Und deswegen bleiben halt die Exploits, die dann vielleicht gefunden werden, die Angriffsstellen, bleiben einfach offen bestehen und können teilweise zu einer vollständigen Infektion des ganzen Heimnetzwerkes führen. Ich erinnere da mal ganz gerne an die, ich glaube, es waren Philips Hue Glübien, also es waren auf jeden Fall Smart-Leuchten, ja. Und die waren halt mit dem WLAN verbunden. Und ja, die konnten angegriffen werden über einen, ich glaube, man konnte den Router-Bypass machen und dann konnte man denen quasi direkt Befehle schicken. Und darüber konnte man das System auf der Glühbirne übernehmen. Und die Glühbirne hat dann dazu geführt, dass man das komplette Heimnetz lahmlegen konnte oder halt übernehmen konnte teilweise. Das war eine ziemlich böse Lücke. Und im Protokoll-Stack, der übrigens sehr, sehr häufig angegriffen wird, das ist halt, ja, das kann passieren. Und dann ist eine Glühbirne, die ihr euch mit eurem WLAN verbunden habt, dafür verantwortlich, die ihr vielleicht sehr, sehr günstig irgendwo erstanden habt, dass euer komplettes Heimnetzwerk, sprich auch eure Smartphones, auch eure PCs angegriffen werden können. Denn aus dem Heimnetzwerk, ja, also das, was ihr zu Hause habt vor dem Router, also Router ist quasi so die Abtrennung, was ihr im Heimnetzwerk habt, das kann meistens nicht so einfach angegriffen werden. Und wenn man dann schon einen angegriffenen Punkt hat, dann kann das dazu führen, dass man eben das komplette andere System leichter übernehmen kann, weil zum Beispiel einzelne Software dann doch halt angreifbar ist über das Heimnetzwerk. Das heißt, riesige Angriffsstellen für Angreifer natürlich. Aber selbst wenn man nicht das komplette Heimnetzwerk übernehmen kann, sondern nur ein einziges IoT-System, dann führt das trotzdem dazu, dass eure Glühbirne oder euer Kühlschrank oder was auch immer Angriffe starten kann im Auftrag des Hackers zum Beispiel. So entstehen Botnetze. Das heißt, man gibt der Glühbirne oder welchem System auch immer den Befehl, nimm alles, was du an Internet-Traffic schaffst und schick das alles auf diese eine Webseite. Eine Glühbirne allein wird dann natürlich nicht viel schaffen. Nehmen wir an, ihr habt vielleicht zu Hause eine 100 Mbit-Leitung, symmetrisch von mir aus, damit es leichter zu rechnen ist. Dann habt ihr 100 Mbit, die ihr hochladen könnt. Das wird keine Webseite irgendwie lahmlegen. Das führt vielleicht dazu, dass eine Webseite ein bisschen ausgelastet ist. Macht man das jetzt aber mit 100.000 Glühbirnen, die alle in einem anderen Haushalt sind, die alle eine andere Internetanbietung haben, dann kann das für eine Webseite sehr, sehr problematisch werden. Und genau das ist das, was viele, viele Botnetze wirklich tun. Die benutzen nämlich gar nicht Smartphones oder PCs, sondern die benutzen einfach IoT-Geräte. Das ist heutzutage schon ein Problem, also nicht irgendwie was aus der Zukunft. Und ja, es gibt Karten, wie man aktuell wirklich solche Traffic-Systeme sehen kann. Ja, und all das ist leider ein Riesenproblem. Es kommt noch dazu, dass wie gesagt Daten auch teilweise von Herstellern gespeichert werden, Daten übertragen werden an den Hersteller, ohne dass ihr das wirklich wollt und dort gespeichert werden und dann halt dort auch abgegriffen werden können. Es gibt wie gesagt jede Woche irgendwelche Angriffe, auch bei sehr, sehr großen Unternehmen und bei kleinen gibt es halt umso mehr. Die sind halt nicht so gut abgesichert, weil sie halt auch nicht so ein attraktives Hacker-Ziel sind, aber sie können natürlich trotzdem übernommen werden. Und all das führt eigentlich momentan dazu, dass ich absolut abrate, IoT-Systeme wirklich einzukaufen zum Beispiel, weil sie halt leider sehr, sehr schlecht gepflegt werden. Aber es kann natürlich trotzdem sehr interessant für euch sein, wenn ihr zum Beispiel ein IoT-System bauen wollt, das über eigene Sachen zu bauen. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man solche Systeme aufbauen kann, ohne dass man diese ganzen anderen Probleme mit sich bringt, dass man zum Beispiel mit irgendeinem Server kommunizieren muss, sondern dass man alles im Heimnetzwerk lässt, zum Beispiel den Server bei sich auch zu Hause hostet und da dann halt nur über den VPN draufkommt. All das ist möglich. Und ja, jetzt meine Frage natürlich an euch. Wollt ihr sowas auf meinem Kanal sehen oder seid ihr da eher so, ja, macht doch erstmal die anderen Themen lieber weiter. Die interessieren mich mehr. Also schreibt mir das mal ganz gerne. Jetzt möchte ich allerdings euch noch eine Sache sagen und zwar, es gibt auch einen Vortrag von mir zu IoT und nochmal ein bisschen tiefer in die Security rein, denn das hier war jetzt eher so ein Überblick. Und der findet bei der Job.io statt, die kennt ihr ja schon, das ist die Jobmesse von GetInIT und die findet auch statt, schon diesen Monat, in ein paar wenigen Tagen, schon fast Wochen, und zwar am 21.10. um 14 Uhr. Und ja, dort ist mein Thema natürlich, wie gesagt, IoT und Thema Security nochmal, aber ein bisschen spezieller. Ich darf hier nicht so viel spoilern, sagen wir einfach so, YouTube wäre damit nicht so einverstanden, okay. Und ja, ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut. Wie gesagt, das ist komplett kostenlos für euch. Ihr könnt da Leute kennenlernen, ihr könnt Firmen kennenlernen, ihr könnt aber auch einfach nur zu den Vorträgen kommen und euch das Ganze mal anhören und ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Deswegen guckt da gerne mal vorbei und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war's.